So, und weiter geht's. Dann kümmern wir uns jetzt um Hardman. Das Fass. Ja, so sehen harte Kerle aus. Okay. Ebene, Tal. Oh oh, na äh, oh nein, nein! Äh, ich will dir nichts sagen, aber diese Fliegen, äh, Bienen, fliegen mir hinterher wie auf sonst irgendwas. Was ist das? Öh. Gut, dass ich da... Oh Gott, ich vermute schon was Böses. Oder? Hä? Äh. Ja. Ja, ich bin blöd. Ah, Rush Jet haben wir jetzt auch gekriegt. Na, geht doch. Jetzt überlege ich da lange. Entschuldigung. Oh Gott, nein, nicht die Offen, nicht die Offen, nicht die Offen. Keine pinken Offen, bitte. Ja. Die nimmt mich so von der Bewegung her so ein bisschen an Guts, man. Ein ganz kleines bisschen. Das war leicht. Habe ich nicht irgendeine Waffe, mit der ich den erwischen könnte. Ich hoffe, ich hoffe, ich brauche Magnetmans Waffe, nicht gegen Hardman. Ja, vermute ich doch, genau aus diesem Grund. Ja, das war jetzt ein bisschen die falsche Richtung, Meto, aber... Sekunde. Hey. Das war ja wohl geschenkt. Dankeschön. Oh Gott. Ein Leben? Äh, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Ich pikse dich tot. Was zur Hölle. Ich habe wieder vergessen, die Musik lauter zu stellen. Mist. Hättest du auch wenigstens was fallen lassen können. Gut, ich habe ein Leben. Gemini Man ist es schon mal nicht. Dann probieren wir als erstes Needle. Ja, ein Stachel gegen... Stahlfass. Braucht ihr den erwarteten Effekt? Es scheint wirklich Magnet Man zu sein, aber ich will mich noch nicht... Wie viele Fäuste hast du? Needle Man bringt nichts. Gemini Man hat man schon. Ja gut, dann ist es tatsächlich... Ja, okay. Ich spiele heute wieder in Mist zusammen. Ich spiele heute wieder in Mist zusammen. Ich spiele heute in Mist zusammen. Okay, die Gegner in diesem Megaman sind schwer. Was machst du da für komische Töne? Brrrrm. Mein Gott, geh doch einfach drauf. Meine Herren. Also wenn ich die Gegner jetzt jedes Mal mit Energietank erledigen muss, dann könnte das in den letzten Wily-Levelen relativ schwer werden. Relativ. Hard Knuckle. Okay. Mit den bisherigen Ergebnissen. Shadow Man ist der letzte, ist schon mal klar. Snake Man will ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Top Man. Okay, wir machen als nächstes Top Man. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder bei Megaman 3. Ich bin der Xie. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.